Musik Schönen guten Morgen bei L.A.R.A. Guten Morgen. Koppelst du mir erst? Ein Ruh hat an eine freie Auto gestoß. Der Ruh hat von der Luz geblendet, er konnte nicht mehr auswischen. Der Auto hat ein guter Wurst, er musste vor Schrocken gehen. Dreckend mit einem Blut nahe davon. Versicherung, bezählte Schuld. Wie alles? Ich habe eine Schießerei gemalt. Die Polizei kann Kugeln sicherstellen. Im Labor wurde die Stunde herausgestellt, dass Kugeln zu einem Schickenspiel gehören. Nur guck. Kurz darauf ging er von oben in einem Alter von 12 Jahren fast geholt. Dem hat ihre Schickern auf den Auto in eine Gebäude geschossen. Eine Schießerei war in einem Start-Restaurant, wo das nicht mehr gut war. Die Leute konnten direkt schießen und haben sich gemacht. So, ein schwerer Scheißerrein wird nicht mehr auf dem Land. Das ist die Sontre und Mittel gegen den Koch. Was ist eine Schwingerei? Sport. Der Landesmeister Franco Bisou hat während dem Laufenden Mann deutlich verletzt. Er hat ihn angeklappt wegen des Sport. Ganz nur Motto, Sport als Macht. Und Luna geht zum Traffik. Dann hört die Sonne ab. Praktisch. Ein Spontane Asermesskut mal Luna rauf von Marco. Zuhörer sind laut noch Brot. Wann schlief doch abpassen, und es können schon so einen Platz evitieren. Römmling. Die größten Drogendealer aus dem Landesfestgall gehen. Der Mann hat 2,56 Meter. Dann kommen wir zum Wähler. Der Himmel aus der Haut darf es überbedeckt. Das bringt Schettmutzig. Da wird sich abklärt, kein Sonnerlosen. Mö ist abgepasst. Strecke sie benäffelt. Für die esch mehr benäffelt, bleibt du hin. Temperaturen liegen am Dach zwischen minus 5 und 10 Grad. Ander nur schenkt Sonnen nicht. Das klingt ja wohl gut, nicht so gut. Loh, noch zu den Prävisionen. Lotto. Zönen, die wir das Wochenende fahren, sind zwischen 1 und 1.40 Grad. Loh kommt der Klammeln. Oder schon ein klein tiefgekühlter Stehen-Uwe-Pizza-Gesinn, die heisch geht. Schon viele von der Herd nachsehen, dass man nie in der Tag kommt. Wow! Kulern, da hier, huldersch. Kann man die Prinz der Rolle der Klammeln da nicht das drehen nennen. Drehen doch du. Von einem großen Reich. Ja. Irre, hast du das auch immer mal einfach gewonnen? Und du nie. Ja doch immer, ja. Du hättest noch nie am Lotto gewonnen. Nee, da lief. Aber du spielst doch kein Lotto. Eigentlich nicht. Lotterie National. Spiel mal. Das waren die Klammeln. Was ist da alleine? So, ich stehe. Merci für den Nachgucken. Und bis die nächsten LAA News.